hallo hallo ja wir waren vor kurzem in speyer gewesen im technik museum haben uns das alles angeguckt und ein schönes filmchen für euch gemacht unter anderem waren wir dort auch in einem kino gewesen im imix dom im imix dom dort haben wir auch ein bisschen gefilmt tja jetzt haben wir das filmchen online gestellt haben auch sehr viele kommentare und likes von euch gritt ist ganz gut ankommen und danke liebe karen die hat uns ein kommentar geschrieben von dass die karen von raden und wandern und hat uns darauf hingewiesen ob mir diese filmaufnahmen auch öffentlich zeigen dürfen ja gott sei dank daraufhin habe ich dann direkt per e mail das technik museum in speyer kontaktiert und wir haben auch direkt eine nette antwort mit dem hinweis dass film und video aufnahmen in weltweit in kinos verboten sind ist also no go so das ist wirklich dumm gelarvt das wussten wir nicht wir haben gedacht wir machen was gutes wir machen noch werbung für das technik museum bei ja weil uns das wirklich sehr fasziniert hat aber unwissenheit schützt vor strafe nicht das haben wir das video direkt vom netz geholt also es ist gelöscht wir werden dieses video natürlich jetzt noch mal ohne diese sehen wieder veröffentlichen aber leider gottes in unsere ganzen lieben kommentare von euch und nach eure likes alles verschwunden sind alle gar weg es ist sehr schade aber lässt sich eben nicht ändern und ja es war unser fehler und ja wer nichts macht macht nichts verkehrt und wir haben uns einfach den fehler gemacht wir haben es einfach nicht gewusst in zukunft passiert uns das sicherlich nicht so was sollen wir jetzt noch mal sagen wir hoffen dass man vielleicht trotzdem noch mal reingucken und vielleicht doch noch ein like oder kommentar noch mal gehen würden wir uns freuen ja klar aber gut wir wollten uns kurz melden wollen den sachverhalt erklären weil der andere hat sich ja auch schon gewundert ja herr mal wo ist denn euer neuen video ist nämlich doch das wissen da alle gar warum genau gut hallo auch wunder bleibe gesund bis dann eure tanja und reiner vom kanal tschüss ciao ciao